Das ist, das ist klar, der Champion, der Herausforderer, Stefan Raab, 500.000 Euro, für den, der ihn schlägt. Er ist ehrgeizig, geschickt und mutig. Er ist, und jetzt kommt's, intelligent. Genau. Wer ihn schlägt, blamier dich, deine Familie, gewinnt. 500.000 Euro. Und alle, die dich kennen, dann kannst du ja losgehen. Stefan Raab gegen einen Auserwählten. Schlag den Raab. 23. September, 20.15 Uhr. ProSieben. Die sponsern wir auch nicht. Snickers wünscht weiterhin viel Spaß.